Für die Variante A ist das heisst für ein neues Hallenbad mit einem Schwinbecken und einem Leerbecken. Der erhebe die Hand. Danke. Für die Variante B ist das heisst für ein neues Hallenbad mit einem Schwinbecken und einem Leerbecken und einem Saunaden. Der erhebe die Hand. Danke. Der erhebe die Variante A ist ein grosser Mehr für die Variante B.